Früher waren wir ja noch intuitiver, wenn wir morgens in der Reaktionssitzung saßen. Also da meinten wir unsere Leserschaft und unsere Zuschauer zu kennen. Und da hatten wir vielleicht auch ein Bild von, das war sicherlich auch nicht ganz falsch, aber letztendlich haben wir dann doch viel mehr Kaffeesatzleser reingetrieben oder prophetisches Reden geübt und hatten dann aber wiederum auch nicht die Rückkopplungskarte, um festzustellen, ob das nun auch wirklich gelesen oder so rezipiert wurde. Natürlich konnte man früher oder kann man auch heute noch mit der Zeit und sehen, wer was wie über die sind. Aber hier geht es ja auch um Meinung. Also hier geht es ja darum, was hält von Grundsarrazin es hier. Und ich glaube, dass wir da, und das schließt sich danach los an, dass wir natürlich dadurch, dass wir zur selben Zeit, und das ist was, was über Stuttgart 21 zum Beispiel gemerkt haben wir auch bei Sarrazin, dass zur selben Zeit, Stuttgart 21 ist das beste Beispiel, weil viele Prozesse dahin involviert waren, Abschließungsprozesse, Einspruchsverfahren und so. Und man merkt auf einmal, wie viele Dinge zur selben Zeit stattfinden und der Bürger merkt das auch. Und früher war das, hatten wir, glaube ich, eine sehr lineare Vorstellung von dem, die ablaufen in der Bonner Republik. Da gab es ein ziemlich Leitrede und da wurde das und bei der Regierungssprecher sich getroffen und dann hat man sozusagen natürlich schon in diesem Kreis auch ein Meinungsbild gehabt und hat es dann sozusagen auf die Straße gegeben. Diese Linearität gibt es nicht mehr, sondern es gibt zur gleichen Zeit viele Meinungen und Haltungen, die auch irgendwie auf den jeweiligen Kremisten auch gleich wahrheitsfähig sind. Aber wie würden Sie reagieren? Das ist ja, wir sind ja nicht so ein Politiker, aber würde ich Sie aufhören, das ist ja Realität gewesen. Sie bekommen 2000 Kommentare und in den 2000 Kommentaren schreiben 1900 Menschen endlich sagt es mal ein. Aber differenziert nicht aus. Das heißt, wenn Sie dann auch noch beobachten können, dass ein Politiker, siehe Angela Merkel, die das ja perfekt kann, verändert dann seine Position. Wie ist das für ein Journalismus? Tut er das dann auch mit? Denn jetzt hat er ja den bekommen. Das ist ja nur eine Frage. Ich habe beobachtet, und das ist beim Falten-Sacher-Sicht eindeutig zu beweisen, dass das passiert ist. Also der Journalist ist ja anders legitimiert als der Volkskanzlerin. Also das sind Sie dann über Verkaufszahlen und nicht über Rederstimmen. Das heißt, Sie haben schon, und für mich als Debattenjournalist oder als jemand, der ein Weihungs-Debatt-Magazin hat, ist es natürlich schon allein inhaltlich interessant, wie reagieren denn die Leute, welche Argumente haben sie. Aber selbst das ist mir doch klar, das ist ja dann immer doch, wenn wir darüber jetzt reden, hat es doch viel anekdotisches. Das ist ja nicht empirisch unterwegs. In der Politik muss ja schon auch nochmal ganz anders vorgehen, als dieses Anekdoteske, was wir uns im Sieglichen Völkern, wir uns im Debattenmagazin natürlich auch leisten können. Nein, ich wünsche Politik für Anekdoteske, weil Herr König... Ich wünsche Ihnen auch, ja. Ich staune, dass die Politik hat sich der Gleichste, wir können uns das erzählen lassen. Das glaube ich auch nicht, weil ich glaube auch, dass der Journalist eine gesellschaftliche und soziale Verantwortung hat, die er auch wahrnehmen muss im Leben geben, dass er Politik vorgebracht hat, die Hintergründe aufträgt und so weiter. Ich glaube schon, dass man auch, oder könnte ich das sagen, das ist ja ausführlich, gar nicht, dass da auch eine bestimmte Gesellschaftsverordnung geben muss. Aber okay, ich glaube, dass ein zentraler Unterschied für den politischen Raum ist, dass das Internet zwar Kommunikationsverhalten verändert und auch Partitionsverhalten verändert, aber die Aufgabe von Parteien von Politik, Physiologieproduktion zu betreiben, diese Aufgabe wird einem nicht genommen. Was meine ich damit? Das Ding hat ein bisschen hochgestorben. Letztlich ist politische Kommunikation davon abhängig, habe ich eine Meinung, habe ich eine Botschaft und habe ich eine Haltung und kämpfe ich und ringe für meine Meinung. Zentrales Problem, am meisten der SPD, ist, dass sie nicht für ihre Meinung mit Empathie ringt, sondern dass sie genau das tut, sie guckt sich die Sparmintelligenz an und dann hat man da 100.000 verschiedene Meinungen und man versucht möglichst die 51% der Sparmintelligenz abzubringen. Falsch. Richtig zu sagen, ich stehe zu meiner Meinung und versuche die Etafel zu reduzieren. Wie würden Sie, Herr König, wenn dann Politik im DIGITAL-Zeit, also wie sieht die SPD im DIGITAL-Zeit oder auch aus? Sie haben sich in dem Buch beide, das ist ja ein interessanter Fall gewesen, Zenzurzula, 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 Zenzurzula geäußert und auch diese Wirkung. Es gibt ein paar Fälle, die echt interessant waren, wo man so merkte, nicht sehr viele, würde ich jetzt mal sagen, also nicht wirklich, vielleicht nicht wirklich auch, wie klassisch in den Hochpolitischen, wie wäre das denn, wie hat man sich das jetzt vorzustellen? Wenn ich jetzt als Social Media-Berater hier frage, wie soll die ARPZ organisiert werden, dann, wir hatten etliche im Haus und wir haben Selbstbezug, Thesen gehabt und dann weiß ich, was der sagt. Was würden Sie jetzt sagen für eine Partei, für die SPD? Also die Veränderungen beschreiben Sie, ich kann das nur noch mal nachdrücklich sagen, wirklich sehr gut in den Hoch, so sehr, sehr hält sich nicht, aber wie ist die Vision? Also wie hat man sich das vorzustellen? Kommunizieren zum Beispiel, stellen Sie Themen mit Demokratie, stellen Sie große Grundsatzfragen im Netz zur Diskussion? Ich höre das eine Debatte, die dann nicht mehr in Büchern, sondern auf Google Plus stattfindet. Oder wie anders ist das vorzustellen? Auf drei Ebenen. Das Erste ist, dass letztlich eine parteiorganzionale ist, die Partei muss dezentraler werden, vernetzter werden, muss Abstimmungs-, Kommunikations- und Kampagnenprozesse in das Internet verlagern, weil die klassischen Dinge nicht mehr funktionieren, rein auf personeller und finanzieller Fähigkeit nicht. Das Zweite ist, die Partei muss überlegen, an welcher Stelle sie, das meinte ich immer in die Produktion, an Ecke stellen, sie Programme entwickelt, wenn sie in der Öffentlichkeit zur Diskussion stellt. Wie nutze ich, komme ich wieder auf das Thema zurück, die Schwabintelligenz, die es im Internet gibt. Also wie wäre ich diskursiv, wie bin ich in der Lage, in der gesellschaftlichen, in der Verhandlung, das Internet präsent zu sein, und bin ich auch in der Lage, bestimmte Kritik an meine Position aufzunehmen und damit umzugeben, auf die eine oder andere Art und Weise. Das ist eine Form, was ich meine, ganz konkret, wenn wir technisch reden, heißt das nichts anderes, als dass man versuchen muss, seine komplette Möglichkeiten, von Webseiten, von Webpages, offen zu gestalten, zur Feedback zu ermuntern, in der Lage zu sein, in den sozialen Netzwerken so präsent zu sein, dass man nicht nur reinschmeißt, sondern auch eben aufnimmt. Da glaube ich, ohne hier zu viel Eignung zu betreiben, keine andere Partei als die SPD hat so viel Wagnis auf ihrer Homepage wie wir, So viel Wagnis und so viel Mut auf ihrer Homepage wie wir, weil keine andere Partei so offen ist auf ihrer Homepage wie wir. Gut, da habe ich mich an. Aber das ist Wagnis, was halten Sie von Frau Kiesel, H. war gestern, der von Straßenkontüterclub, eine interessante Untersuchung, Untersuchung weiß ich ja sicher schon, Untersuchung war ins Netz gestellt, wonach sich die Sprache von Journalisten und Signifikanten verändert, je nachdem, und natürlich sehr klar, auch nicht die insematische Struktur verändert, je nachdem, ob sie davon ausgehen, dass es zu einer Inklusion oder zu einer positiven Entdeckung kommt und dass es eben verifizierbar ist, dass man das erkennen kann, das steht euch bevor von der Sprache, das ist ja manche schön, algorithmische Lange. Ich merke doch in der Politik jetzt im Augenblick, sie reden von Wagnis, eine Politik, also jetzt bin ich in dem falschen Film, die ja eigentlich überhaupt nicht mehr in irgendeiner Weise, woher man das klar verexperten hat oder so etwas, also die unglaublich, in gewisser Weise, wenn es sich gerade die Panzer sind, nur kontroverser sind, oder das ist Atom. Das sind zwei Sonderfilme, aber eigentlich, in gewisser Weise, dass sie so in den Verfahren, die Arbeitsabgabe, dann hat man das bestimmt, das sieht man ja auch nicht gut, in gewisser Weise, man ist sich dann schon einig. Was halten Sie von der Überlegung oder so etwas? Es gab einen Ministerpräsidenten, der hat das sogar gesagt, dass er das versucht, dass man das Netz auch so, die Kommunikation im Netz auch so benutzen kann, ganz anders nämlich, dass man sagt, ich finde eigentlich hier raus, wie ich kommunizieren muss, dass man aus dem Netz nicht die Konsequenz sieht, was ja toll wäre, die Stelle nicht, die Debatte und so weiter, sondern aus den letzten Konsequenzen kommen wir jetzt mal an, wie wird das diskutiert, wie wird das, gibt es dieses Thema und jetzt suche ich, um nicht sagen zu müssen, und das erleben wir gerade politisch, wie ich finde, suche ich so einen spannenden Mittelweg, wo mir das Netz sehr hilft, weil ich tatsächlich Kommunikationsreise studieren kann, um als Politiker im Stillen meine Geschäfte zu machen und nach außen eben eine Rhetorik zu haben, die noch schlimmer ist, als die die mehr im Fernsehzeit alter kann. Natürlich gibt es immer wieder für den Such, das Internet zwar beherrschen oder es als ein soziales Medium zu benutzen, wo ich mal so reingucke, was passiert da gerade und meine Kommunikation zu professionalisieren. Das Internet, oder der Kampf ums Internet, der hat es halt nichts anderes ist, als ein Kampf um Eigentum, auch um Macht, um Herrschaft und das findet jeden Tag aufs Neue dort statt. Ich glaube, dass es aber Politik wird versagen, wenn sie das versucht. Ist Ihrer Meinung nach das Internet ein freier Raum oder ist es ein kapitalistischer Wirtschaftsraum? Und wer ist es bei mir? Ich würde sagen, es ist ein kapitalistischer Wirtschaftsraum, der Freiheitspotenzial besitzt. Können Sie gut sagen. Und was, glaube ich, auch mal klar ist, weil so ein soziales Medium natürlich immer auch eine bestimmte Freiheitspotenziale besitzt, aber in einer kapitalistischen Gesellschaft würde es auch nicht anders sein. und wir erleben uns tagtäglich einen Hang zur Konzentration im Internet, einen Hang bestimmte Macht oder Eigentumskonzeptation auszuweiten und damit sich natürlich seine eigenen Widersprüche zu potenzieren, diese Widersprüche aber wiederum auch für die eigenen Ziele zu instrumentalisieren. Die zwei berühmtesten Menschen der Welt, glaube ich, nach Frank Tertine haben wir etwas Interessantes gemacht, mit Obama, der hat Facebook besucht und Lady Gaga hat Google besucht, auch weil der Vater hat gesagt, nicht die New York Times, nicht die New York Times, das ist ehrlich, das gehen wir uns gar nicht so an Medien reden. Wir reden ja gar nicht von Macht. Also, was ist das, was sehen Sie das? Also, ey, wenn es ein kapitalistischer Wirtschaftsraum ist, könnte man ja sagen, auch Kommunikation wird plötzlich in einer ganz neuen Weise zu einem Produkt, dann ist es die Frage, wie komme ich als beste Bookshelf, wie komme ich sozusagen bei Google nach oben, wie kann ich bei Facebook reissieren, welche, das sind ja alles Fragen, werden Sie zum Beispiel Google, Facebook, oder werden Sie denen auch einen Besuch abstatten, sind die eigentlich jetzt wichtiger als das Sommerinterview in der ZDF oder in der Zeitung, da haben Sie ja mit Sicherheit eine Intuition. Das ist doch nicht eine Konzentration an Kommunikation, weil das meine ich mit falsches Potenzial, aber ich glaube, mit der festen Überzeugung, dass die Vernetzung des Internets das ermöglicht, auch mit Gegenbewegungen mit kritischen Kräften sich in der Art zu vernetzen, global, dass man Gegenbewegungen aufbauen kann und damit die Eindrucksfrage sich sozusagen auch in einer Art und Weise von Dialektik zeigt und dort auch entschieden wird. Ich würde es eher als Versuch der Konzentration von Diss und von Differmation ergreifen. Ich mache jetzt ein ganz konkretes Beispiel, wenn Google derzeit alle oder viele große Bibliotheken in Paris, London scannt, was die Öffentlichkeit gar nicht kann, weil sie finanziell dazu nicht in der Lage ist, dann stellt sie natürlich im Ringing-Garge schon die Frage, gegen behördliches Wissen. Google stellt sich das freiwillig gegen Fies oder so zur Verfügung, tut sie das nicht. Also für mich wäre eine Bibliotheksbewegung eine ganz klassische, eine, die eine ganz große Freizeitbewegung wäre, weil sie nichts anderes tut, als Wissen öffentlich und damit für alle zur Verfügung zu stellen. Und ich habe die große Sorge, dass ein genau entgegengesetzter Konsultationsprozess passieren und damit auch der Zugang zum Wissen, Zugang zur Information monopolisiert. Was der Herr Sera, wenn ich da gleiche, ich würde es konkret ansprechen. Weil Herr Bündnig recht darauf hinsen, das haben wir alle erlebt, eine Stimme reicht, wenn es die richtige ist, und zwar die kann man irgendwo herkommen, um Nestler zu druck zu setzen. Wir haben es erlebt in Ägypten, wir haben überall diese unglaublichen Potenziale gesehen, die die moderne Kommunikation haben. Sie sind ja nun die Europäen auch, Sie sind ja ganz häufig mit den letzten Journalisten. Nehmen wir mal als Beispiel Ägypten. Absolut safe die Aussage, dass kein Journalist, also ich müsste jetzt, vielleicht gibt es irgendwo in Newsweek oder sowas, vielleicht sogar Stunden vorher voraussagen konnte, dass dieses Land in einer Situation ist, dass eine Revolution ertrinkt. Also, züriches Armut, sollten Sie nicht sagen, oder ein falsches Selbstverständnis und Globalismus, der immer behauptet, um die Zukunft sehen zu können, oder Tendenzen, wie sehen Sie das? Also für mich ist das eine, die ganzen Revolutionen, die wir dort erlebt haben, eine Debatte gar nicht darüber, nur kann Twitter Revolutionen auslösen, sondern es ist auch eine Debatte darüber, ob es sich zu einer gewissen Demut, zu einer gewissen Neudefinition von journalistischen Standards führt, nämlich in der Frage, immer alles zu wissen. Das ist nämlich jetzt im Augenblick gerade die neue Mode auf den großen Nachrichtenportalen, es wird ja alles im Minutentakt in einer Reise auch überschneiden gewusst, wie wie zuvor. Die Wahrheit sieht anders aus. Dass da ein Minister Sandmonkey oder andere eine Revolution auslöst und das konnten, das hat, soweit ich das sehe, niemand aus unserer Branche auch nur geahnt. Ich hätte erwartet, dass sie es hätten anders tun. Das hat auch was mit Macht und dem Machtbegriff zu tun, den sie wahrscheinlich anlegen. Also es gibt, also Macht ist nichts, was in einer Schatzschapulle hinter dem Schreiben schon vor Merken steht und dann holt sie den raus oder sie verteidigt in dem Schatzbegriff sondern diese Macht ist, ich sage jetzt mal, etwas Liquides oder etwas, was von Fall zu Fall auch bestimmten Menschen zufällt, weil sie ein bestimmtes Wissen über einen Sachfall haben. Das heißt jetzt nicht, dass unser parlamentarisches System ausgehebt ist, es ist aber ganz klar eine deutliche Herausforderung an alles. Und jetzt, wenn wir ins parlamentarische oder ins politische schauen, dann haben wir Auffällungen mit Hinz die ausgelöst ist durch diese Gleichzeitigkeit oder der Mehrzeitigkeit, von der ich eben sprach, dass wir eben nun wirklich und ganz deutlich wissen, dass es in Europa kein konkurrentes demokratisches System gibt. Das wussten wir schon lange vorher und so, aber das zeigt sich jetzt immer noch mal mehr aus. Das zeigt sich bei Prozessen über Stuttgart 21, das zeigt sich jetzt in der Euro-Krise, es wird also alles viel schneller, deutlicher und manifester und das ist letztendlich die Krise, die, wenn es nur einen G-Plan wird, aber wenn es nur einen Wenden darf, eine Krise des Parlamentarismus übernimmt.